Stopp! Hier spricht hier Bundeskanzler. Nur für das Protokoll, ich war schon vorher da, ok? Hallo! Also wir spüren jetzt einfach, there is no game, wrong dimension. Stimmt, ich kann das nicht ändern. Also Jungs, let's go! Was auch immer, ist gerade lags? Chat, ich starte das Game nochmal kurz rein, ok? Weil, ich hab nie lags gehabt in dem Game und jetzt hab ich einfach meine lags und deswegen, ich mach jetzt kurz Discord auf, dass ich irgendwas... Nebenbei offen hab, dass jetzt, ähm, mein Background gar nicht faxen macht. Ich hab jetzt auch schon wieder seit 3 Monaten mehr gespielt, glaube ich. Es war halt so banger. Hallo, User. Dieses Programm spricht. Ich habe einige schlechte Nachrichten. Eigentlich, there is no game. The financial crisis, the apocalypse, blah 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 of this. I hope you're not too disappointed. You can still watch TV, go outside, read a book. Yeah, there is no game. But, just between you and me, avoid asking for a refund, if you can. Also Jungs, this game is basically... You know, my creature has got to eat and feed his 12 kids. And his wife, who is sick? Well, when he finally finds one. You devil! You have to start fingering to hole. It's... 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 Bravo, User. I'm clapping virtually. You've completely ruined my beautiful title. Well, if that's the way things are going to be, let's make something sunny. I might have gone a little overboard. If you could just leave the title alone this time. Is that a chromatic aberration or is this letter tilted? I win! What luck! Come on, let's play again. Let's play again. My scissors! My scissors! No! Es ist wirklich sehr, sehr quick, Leute. Wait. Ah, true. Just, what do you think you're doing, user? No, 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 no! Where did you find that key? It doesn't matter. The key to this door is on my side. Too bad. Hey, hey, hey. Ganz quick. What's that blue thing under the door? I don't understand what you're doing. Nobody's home. Am I dreaming or are you trying to pick the lock with the mouse cursor? You just knocked the key that's on my side onto the floor. Let me put it back. There we go. Where's the key? BAM! BAM! Stop moving from screen to screen. My system doesn't like that. Especially when it goes too fast. Stop navigating so fast. You're going to saturate my RAM. BAM! See? I warned you. You're stealing from my memory too. You're exasperating. Oh, I'll do... BAM! I was never allowed to lose. Let's go, let's go, let's go, let's go! Program loading. What bad luck. You were able to press the button. I'm very upset. No, the program is loading. And there's nothing I can do to stop it. You're good. You've beaten me. Say, it's taking a long time to load. The progress bar stopped moving? It even looks like it's moving backwards now. Hey. There must be a new war in the progress. Yeah, yeah. Oh yeah. It definitely crashed. Hey! Don't touch my paper. I mean the progress bar. There you go. Much better like that. Stop already. Hands up. Don't touch any ass. Accept the crit button. You just never give up, do you? The problem was, has quit unexpectedly, please restyle the machine. Private. Do not shake. Passwort Ich habe vergessen, dass Administrator Passwort und Disorder Spot the odd one out on my ID card, my favorite number, Miss Torgi's favorite number Goodbye GG Das ist eigentlich für die Story dann wichtig Odd one out is... Ja, den wir jetzt finden 9 98 98 And i glaube 52 98 52 Was? 98 52 12.50 18.50 19.50 19.50 actually this is not a game i hope you are not too disappointed you can still watch a bollywood film take a walk around the ganjas learn to dance such a cliche you have a funny accent are you russian do i roll the r like that sir of course not overreaction typically a russian i am not russian idiot you woke him up oh no user you need to quit the program first i'm begging you i hope you are not too disappointed it's a game for the beauty how do we get out of here you are a spy okay this one truly has a russian accent oh you see you're still here it seems to be so show me papers i don't understand what's going on things are becoming more and more unstable it's even raining croissant croissant there is no oh god oh god oh god jack喝 yo let's get this Ja, da kann ich irgendwie das Game crashen. Ich denke, der britische Akzent fack mich wohl. Was ist passiert? Es sieht aus Interaction Icons. Ich denke, wir sind in der G-G-G-Game. Oh mein Gott, wir können hier bleiben! Die Icons in der Spiel funktionieren? Nein? Was hast du jetzt gemacht? Hast du einen der Icons aus dem Spiel? Oder den mit dem Bänden Corner? Und was hast du damit gemacht? 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 Ich habe das Gefühl, dass es sich um uns herumschlägt. Eine Art von Musik, mit einem russischen Akzent. Aber ich habe es nicht! Da, hörst du es? Das Einige, was ich gehört habe, mit einem russischen Akzent. Mit einem russischen Akzent. Hm. Wo sind die Monitore's secrets? Es sieht aus wie ein Set des Spiels, aber von der anderen Seite. User, du bist sehr irritant. Aha! Meine Bartitsu-Techniken haben die bessere von dieser Tür. Komm, Watson. Wir gehen in. Bro. Ich gehe mit ihnen! So, ohne dass es jetzt on-stream erklärt ist, es wird schwer zu verstehe. Also, try to find uns ein bisschen Licht, Watson. Find uns ein bisschen Licht, Watson. Find uns ein bisschen Licht, Watson. Heute trinke ich Muschisaft. Fixing eine Maschine mit einem Stamm? Wie logisch! Nein, nein, nein! Wo geht der falsche Mond? Wo bin ich hin? Ich hoffe, es ist nicht... Oh, ich wusste es! Gut gemacht, Watson. Wir können endlich besser sehen. Emma Watson in There Is No Game oder sowas. Das wäre schon lustig. Ich würde nicht mehr gehen. Ich würde mich nicht mehr aufpassen. Ich würde nicht mehr aufpassen. Ich würde mich nicht mehr aufpassen. Warte, hast du einfach ein Lager von einer Nenomatopie ausgespricht, um eine Räume zu beachten? Schau, ich merke mal, es darf wieder schön nicht, aber da viel merke ich mal, wie das ist da. Wieso? Was ist das? Was ist das? Ich habe dir gesagt, ich hatte mein Magnifying Glass in meine Hand, Watson. Und es ist sicherlich disappeared. Da geht's, ich habe es herausgefunden. Das ist das Gehirn, das Gehirn. Das Gehirn. Aber ich bin nicht Russisch. Du willst mir ein Telefon, oder? Du kannst sehen, dass es zu klein ist. Es ist einfach so einfach. Sehr gut. Ich wusste, dass mein Magnifying Glass eine gute Idee war. Genau. Well, dieser Telefon hier ist strange. Es ist wie ein Mist-Puzzle. Es funktioniert. Es gibt eine Verbindung. Das ist strange. Der Telefon macht wieder diesen wunderschönen Gehirn. Es scheint, jemand versucht zu kommunizieren mit uns. Es ist die Video-Ghost-Holmes. Komm schon, Watson. Seid euch zusammen. Es ist wahrscheinlich Herr Mucci, der einen zweiten testet. Herr Sherlock Holmes spricht. Suchen wir uns jetzt unsere geilen Schnitten aus. Die wir ein bisschen abknutschen. Du musst einen anderen Dupe finden, Madame. Auf Wiedersehen. War das ein Video-Games? Nein. Ein Telefon-Scam. User, dieser Channel-Colmes-Fellow ist der Telefon. Das ist die dritte. Es ist noch nie in dieser Körner. Ich sage, es gibt ein bisschen Licht über die Entrennung. Ich habe vielleicht verloren, meine Magnifying Glass hier. Oh Gott. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Oh, das ist das, was wir interessiert haben. Es muss ein Full Moon sein sein. Oh, Herr Sherlock würde es haben. Das ist nicht der Fall. Aufmerksam mit dem Schnee. Oh, es ist die Mitte Mai. Dann, gellig. Aufmerksam. Aufmerksam. Ist das ein Ritual? Oder ein Kek? Also. Lass mich aufmerksam. Full Moon. Snow. Big Cherry. Danke, Madame. Ja. So. Also, wir müssen jetzt das machen. Without a faint brush, there is no point in the place. Why am I talking about mixing colors? Ja. This. Hey. A big red bowl. Like a juicy cherry. What a fantastic full moon. Wir brauchen Snow Chat. Ach. Was kann immer mit was, ich den Snow außerheu. Das ist das Problem. Ich was, das sind so heuen muss, aber ich weiß immer wie ein Item ich brauche. Vom Untergrund. Stimmt, Bro. Tchuuu. Danke, Bro. Nein, eigentlich. Wenn man das Eis ausfüllen kann, dann kann man die Waffe und dann kann man das auffüllen. True. Nein. Javis, nein. Haha, ich bin aufgeregt, User. Da geht's. Entschuldigung, Herr Wilhelm. Es ist für dein eigenes Gut. Ich denke... Okay, wir haben alle die Produkte. Warum ist nichts passiert? Schau, es geht! Wottson, Herr Wilhelm hat gerade explodiert. Vielleicht war er allergisch an Chariot. Vielleicht. Ich bin endlich frei von dieser ridicule Strat. Insofern muss ich gehen. Das ist nicht die Dimension, die ich wollte. So, ein guter Spiel. Nein! Wir müssen ihn folgen. Aber diese Bildung hat einfach weggebracht. Und ich fühle mich, dass es nach hinten ist. Du sprachst mit deinen Schrauben, Herr Wilhelm? Wie werden wir das? Wie werden wir das? Wie werden wir das? Jetzt die Bildung ist die richtige Richtung. Insofern glaube ich so. Wir schauen uns nach Hause. Aber warum? Game? Wir sind nicht glücklich hier mit deinen neuen NPC? NPC? Oh, ich weiß das nicht. Entschuldigung, ich meine neue Freunde. Wottson! Wir sind nicht glücklich. Ich bin glücklich. Wir sind nicht glücklich. Wir sind glücklich. Woher du dich versuchst, Herr Glitch? Das ist ein Ort, wo ich mich zu erleben. Was? Was hast du gesagt? Ein Kabelprotektionssystem, in der Mitte eines Spiels? Wie barbarisch! Wir verlieren die Erklärung des Schraubens. Lass uns die Zahlen finden, die wir schnell nutzen. Was? Was hast du gesagt? Ein Kabelprotektionssystem, in der Mitte eines Spiels? Wie barbarisch! Wir verlieren die Erklärung des Schraubens. Wir verlieren die Erklärung des Schraubens. Ich frage mich, ob es zu diesem schraubigen Disk auf dem Monitoring betrifft ist. 3, 5 Uhr. 5 Uhr. Was? 3, 5 Uhr. 3, 5 Uhr. Was? 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 3, 5 Uhr. Hahahaha. What an evil plan. Isn't it? Could you say that again? We got cut off. No. There, I just saw the exit. Which means, this is where we say, goodbye. Farewell, game. Enjoy your new combo home. Hey! Farewell, rainbow butterfly. How will we be able to follow him? So. Oops. Oh, der Grund ist nicht mehr da. Aber wo die Charaktere sind? Da ist der Exit. Sherlock, ich werde zu fallen. Hold on, Watson. Der Welt ist enden. Alles ist Fake. Ich bin Fake. Watson ist wahrscheinlich auf einer Fault-Line. Ich werde uns aus dieser Beste raus. Ah, verdammt. Wir können sie da nicht so bleiben. Wir versuchen sie in Sicherheit, schnell bevor wir gehen. Dieser Mann-Hole-Koverte nicht will, zumindest nicht von dieser Seite. Ah, ja. Das ist ein bisschen der Moment da oben. Und so. Und so. Und bam. Let's go. Let's go. Oh. 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 Legend of the Secret. Legend of the Secret. This looks a lot like an rpg. Oh, it's exactly the kind of game I was destined to become before. Wir sind jung, wir haben Zeit. Let's not quite waking up this character. That's what you always do in these games. Oh. Oh, okay. Oh. What we have got to read? He is not even voicited. Oh, yes, yes. It's us. It's me. Du hast ein ziemlich tiefes Gehirn für Gordes. Aber bevor wir das machen, müssen wir 12 sacreden Feathers all over die Welt finden und schlafen 8 Ticklish Guardians und finden 50 Sunfragments. Die Tür ist lockt. Das ist Grandpa's chest. Es war in der Attic. Grandpa's Carpenter's Hammer. Das ist all. Es sieht aus. Es sieht aus, dass Herr Glitch hier ist. Passiert. Das ist okay. Ich habe nicht mehr geholfen. Ich habe nicht mehr geholfen. Aber Chapter 4 ist ein Banger. Das ist ein fucking... Woah. Chapter 4 ist das. Verdant Landscape. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Hör! Geh nicht in diesem Halle wieder. Geh nicht mehr, bis wir eine Lösung finden. Okay? Es ist keine Zeit, um die Interface entfernt zu sein. Du kannst... Oh, das ist... Smart. So, ich weiß heute jetzt schon die ganzen Puzzledinger. Aber wenn du es zum ersten Mal durchspielst, ist jetzt schon... Ah wieder viel zum nachdenken. Wie du jetzt so weiter kommen kannst. Es muss ja ein Fisch gewesen sein. Dein Kast? Woher kam es aus? Es sieht aus wie ein Royal Kast aus dem Sunkten Palace. Wirklich? Das ist das, was ich heiße. Rushing ein Dungeon. Der Monoclep belongs to the King of the Abyss. Es sieht broken, auch. Das ist unfassbar. Ich hoffe, dass nichts falsch ist mit der Soul of Life. Aber wir alle wissen, dass du gut bist. Wir machen viel weiter. Warte, nicht zu viel, Hero. Du kannst in. Und ich weiß, wer. Der Legendary Soul of Life. Ja, ich sehe immer noch den Klinger. Das ist beim Zuschauen weh. Es liegt hier. Oh, komm. Du gib ihm eine Hand. Ja, gib es. Ich brach es. Was passiert, Bro. Du weißt, was das bedeutet, Geyer? Du weißt, was das bedeutet, Geyer? Du weißt, was das bedeutet, Geyer? Du weißt, dass du der größte Incompetent Hero in der historie von Videogames hast? Oh, wahrscheinlich. Aber das bedeutet, dass das nicht die Soul of Life ist. Das bedeutet, dass das nicht die Soul of Life ist. Scam Alert. Ich sehe, dass dein Schreuzdetektor noch funktioniert. Aber nicht versuchen, dass du den Schreuzdäckern mit dem Schreuzdäckern benutzen kannst. Du kannst sehen, dass die End nicht fit ist. Das Schreuzdäckchen komplett auf dem Schreuzdäckchen. Jetzt ist kein Weg, dass wir das alles mitmachen können. Du hast einen Schreuzdäckern verletzt. Das ist ein Schreuzdäckern. Danke, all Geyer, für dieses Gift von den Gods. Danke für das. Für das. Was ist es? Es ist die Legendary Soul of Life. Droh. Really, es sieht aus, wie es aus einer Galaxie weit entfernt. Nicht weit entfernt, glaube ich. Ich glaube nicht. Er macht es auf purpose. Es gibt keine Erklärung. Ich habe es auf purpose. Es ist nicht schlecht. Ich habe es auf purpose. Zwei Buschers. Zwei Buschers. Er ist eine der infamous Dark Lord's Guards. Niemand bekommt es durch. Pipp. Mein Master muss die Prophecy. Wie original. Alles klar. Mal sehen, was diese Schreuzdäckern macht. Danke. Hey! He's not gonna stop breaking everything too, is he? He's not gonna stop breaking everything too, is he? Not fell down. The feather. The feather. What was that noise? I must have been dripped. A ja. Geendous, eh? Wat sort of magic is this? Boom! Das ist was passiert zu denen, die die Hero mit dem Legendary-Sword sind. Das ist die Entrance zu dem Dimensional-Temple. Das ist, wo die Prinzessin ist gehalten. Aber die Passage nicht öffnet, bis ich die 12 Sekunden gefunden habe. Und die 50 Fragments der Sonne. True. Da ist eine Bombe hier. Oh, ich habe das Gefühl, ja. Ich habe das Gefühl, das ist auch nicht wahr. Da ist es noch nicht. Dimensional-Temple. Prinzess! Prinzess! No princess inside, no dimensional vortex either, we're gonna have to work our way through this temple. Safe call. Nothing's happening, strange. Hero? We might need to wait a minute for the star. Good idea to stay here. Good thing. Honestly, I liked it better when it was Renu Kwasa. Easy. I opened the door. All it took was patience. Did you notice anything in the room? Um yeah, there's another switch. Probably a trap. Take that. Classical. We're getting closer to the princess. I smell a bewitching perfume. I think it's probably coming from the sewer. This room is dark. I'm afraid of the dark. Uh oh, no that was mine. Alright, hold still. I will light the way for you. Oh I see. You wanted to light the fire pit with- You did it! You're a real robust walkthrough user. Unfortunately, the room doesn't look even brighter. I'm scared. Thank you Gaia. I'm scared. That's great. I'm scared. I'm scared. You're a real good one. I'm scared. Nah, I'm scared. I'm scared. You did it! Es ist dank zu meiner speziellen Technik von Rotation. Oh ja, ich bin sicher. Warum nicht jetzt versuchen, deine speziellen Technik zu benutzen? Für alle von uns. Let's go! Oh! Wer will die Farmer auf einem schönen Karpett? Wer kommt, um die Prinzessin zu retten? Ich habe die letzte Buss des Spiels erwartet. Ich erwartet etwas mehr... Impressives. Ich höre eine Sprache. Es ist dieser Spirit, der dich guckt. Das ist Gaia. Gaia, nein, das ist unmöglich. Gaia ist... ...Russian. Komm jetzt! Hero! Flasch ihn! Ich bin hier. Find eine Art, um dieses Projektil zu stoppen. Die Bomben benutzen, um den Buss zu schlagen. Aber ich sehe nicht, warum. Spikes! Spikes! Watch out! Spikes, bro. The Boss is done. Hero! Hit him now! You're hardly doing him any damage. Hit him hard-earned damage! Yes! That's doing a lot of damage! Spikes! Watch out! The Boss is done. Hero! Hit him now! BAM 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 BAM! Let's go! Anyway, you're free princess. Oh, thank you my brave liberator. I can already feel a deep connection between us. Princess, mysterious knight. No, user, the exit! It's a plan because of their love. It's a beautiful reason, isn't it? I read deep sorrow in that voice. Don't you have a princess to save too? Not anymore. I once knew, shall we say, a princess. Her name was Gigi. We were so happy together. Unfortunately, she suddenly disappeared from my source code. Probably because of my cursed creator. Since then, nothing has been right. Without her, my existence as a game program is meaningless. Now, do you understand why I was trying to drive you away, user? This is sad. I'm just a Namtichel. A non-game. I've got an idea. Let's give you the contents of this legendary chest. Maybe it will help you find her. Oh, I doubt it. There you go. Hands off. I'm not your loot. I was looking for a way out in Ulta's chest. Well, there it is. At last. Mr. Glitch. Game. Get off my back once and for all. We just want to go home. Well, I don't. How can I stop you from following me? Let's see. Where is he going? Yo, yo, yo. Hero! Princess! There. That will keep you busy for a while. What have you done? Who would do us raise more changes in the game design? The kids are gonna love it. I will leave you now. I've gotta go carry out my evil plan. What do you mean? I already told you. The plan that will let me- What's that? Where did that come from? User! Close that pop-up! The whole world! Ha 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 ha! We missed it again! Glitch! What have you changed in this game? You will find out soon enough! Glitch! What have you changed in this game? Glitch! What have you changed in this game? 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 What have you changed in this game?